ja und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu mein bruder ist immer noch bescheuert ich bin immer noch schwer werden uns alle töten mein internet schmackt schon wiederum der zunge ging es doch ja ja das ist das leben ist erst los wenn wir dazu noch ein geist kriegen der unsere selte die frühe dann sind wir gleich im instant auf 50 sind tot aber dann können wir wenigstens direkt ausschließen ja das stimmt weil es gibt glaube ich nur zwei geister die das machen ja also müssen wir erst mal ich gebe die hoffnung nicht auf ich glaube das haben sie rausgepatcht dass er so häufig vorne spawnt hier ist auch gucken da tut sich was doch auch da ist wieder was auch erst bestimmt wieder im flur immer diese fluggeister hier alter die kritik hatte ab er ist wieder im flur umgang der löser oder prozene hallo hallo was hat dicht anbekommen ja großartig hallo 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 das ä самых oder und im keller das kann auch sein käfer keine was ich gucke ich komme he dieser dich sicher Kinder es ist Der ist wieder in der Küche. Können wir mal kurz gucken. Nö. Der ist 100% im Keller. Der Tier ist auch. Der läuft überall in den Schankrumen. Aber kein... kein Ecto-Ecto. Ich habe nirgendwo Signale. Ähm... Auch hier bin ich. Denn... Keine Ahnung. Hallo? Hallo? Talk to me. Talk to me. Hier hinten haben wir ja noch immer Aktivitäten. Nö. Oh, hier liegen die Tarot-Karten. Oh, gleich mit dir. Kann ich nicht. Ich habe voll. Ich auch. Was? Talk to me. Talk to me. Talk to me. Talk to me. Dann. Hörst du das Kindergeräusch auch gerade? Das Baby? Ja. Talk to me. Ja, aber ich sehe kein Baby. Talk to me. Oh. Oh, er ist hier. Dann. Oder was? Oh. Ach du Scheiße. Äh, vier. Vierer Ausschlag. Talk to me. Gefriert Temperaturen. Talk to me. Ja. Vier. Talk to me. Vier. Talk to me. Er ist hier drin auf jeden Fall. Nein. Nein, Ross ist hier draußen. Hä? Talk to me. Ja. Oh Gott. Er ist hier. Talk to me. Könnte ich plötzlich rausgehen? Ja. Ja. Talk to me. Speak to us. Ne. Er spricht nicht. Also Gefriert Temperaturen. Guck ich nochmal eben nach. Äh. Ach du Scheiße. Dann mache ich die Action. Okay. Kein Ecto. Ich nehme die Karten mit. Ach so. Die wollte ich jetzt auch grad holen. Ich nehme die Karten mit. Ich habe ja gerade eben alles hingeschmissen. Ich leg die hier vorhin auf dem Sessel, ne? Oder vor dem Sessel. Jo. Alles klar. Ach so. Beweise. Er macht keinen Geister. Kein Ecto. Kein Ecto. Er hat Gefriert Temperaturen. Gen Onimare Revenant. Was hat er nicht? Kein Ecto. Kein Ecto. Kein Ecto. Kein Ecto. Kein Ecto. Kein Ecto. Und auch kein Ecto. was haben wir noch okay ich bin es könnte sein was vom beginn emf kein fingerdruck ich dachte vielleicht auch nicht esg esg ja das wochen wir aber kamera da drin ja ja ich habe schon tabletten genommen das müssen wir als aufgabe machen schießen sie ein solides foto vom geist sitze silhouette und dies die verlorene notiz ist er noch weiterhin jetzt sind wir alle wieder bei 60 jetzt wieder alles gut auf geht's ja auch die b weil richtig action hier das war was anderes als als immer nur leichter ja Welcher Geist war das, der sich verliebt? Äh, der ist nicht dabei. Oh, okay. Aber ein Jin würde hier zu passen, dass er genau da, wo wir alle da waren, sehr aktiv war. So, hingestellt haben wir. Ja. Jin fest. Er ist aktiv. Puh. Nein. Aber dann haben wir wenigstens eine Chance zu entfliehen. Na ja, der ist schon jetzt nicht schneller. Ja. Hauptsache ist es kein Uni. Ja. Alles andere ist egal. Irgendwie ist in jedem Spiel der Uni der Schlimmste. Außer in Gustav, da ist das, da war das, der Dämon. Ja. Der einfach falsch rum an die Decke einfach, einfach Beyblade gespielt hat. Könnte aber noch ein Uni sein. Also ich kann die Zahlen nicht da drauf lesen. Steht der jetzt 2 oder ist das eine 0? Scheiße gesetzt. Ja, ich kann nix dafür. 2. Jetzt ist er umgeschwungen auf 2. Ich weiß nicht, sind das die Lampen? Das sind die Lampen da eigentlich. 1. Ja, aber... Oh, das ist 1. Ja, das kann auch sein. Das kann auch eine 3 sein. Oder eine 4. Super. Ich hab grad echt scheiße gesetzt. Ja, 1 cm vor hätte er gemusst. Nee, gedreht. Nee. War ein bisschen mehr gedreht und dann klitzekleines Stückchen weiter vielleicht weg. Ja, nee. Ja, vor oder so ist ja egal. Wir müssen nicht die Zahlen lesen können, weil die Zahlen kannst du eh sehr scheiße lesen. Ja, weil bei mir ist genau da, wo die Lichter leuchten oder so, diese Kameraquelle ändern. Ja, bei mir ist das hier vorne. Nee, bei mir nicht. Bei mir steht das in der Mitte. Bei Kameraquelle ändern. Ja, bei mir auch. Und deswegen kann ich nicht sehen, ob da welche leuchten. Aber ich glaub, da leuchten gerade... Ich weiß noch nicht wie viele. Da leuchtet was, ja. Ja, aber das ist ja unter den Uhren. Ich weiß jetzt nicht, ob da 0 steht. Jetzt ist es, glaub ich, auf 2 oder auf 1. Vielleicht ist es auch eine 5 und wir sehen es einfach nur nicht. Keine Ahnung. Dann ist es bei mir verpackt. Mir ist, glaub ich, gerade alles verpackt. Ich komm nicht zurück. Doch so. Oder ist das 1? Nee, ich glaub, das ist eine 2. Ah, er hat gemeint! Er hat gemeint! Revenant oder Mare? Warte mal. Revenant, Mare. Geister? Staffei. Die Brönen sind als sehr gefährlich und unabhängig von deinem Geist in Gesundheit. Können sie dich jagen, wenn ihm danach ist. Mare? Mare ist eine Art Geist, der gerne spricht, obwohl beobachtet wurde, dass er weniger aktiv ist als andere Geister. Schwer aufzuspielen. Wenn niemand in der Nähe ist, wird er nicht jagen wollen. Okay. Er gejagt hat er ja noch nicht. Naja, aber er hat sich ja schon gezeigt. Naja, aber das ist eher mehr so ein Geister-Event da, ja. Ich weiß nicht, ob man das mit so den Geists zuurne kann. Mal 4 Aktivitäten hatte er in dem Zimmer. Hier, da, die Dings immer auf. 5er? Ist das eine 5? Ich kann's nicht lesen. Ist das eine 5? Ja, es ist eine 5. Ja. Es ist eine Mare. Ach, eine Mare ist eigentlich gut. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Ja, wieso? Wenn wir nach hinten müssen, fängt die Mare nicht an zu jagen. Also. Lies die verlorene Notiz. Notiz, solides Foto, Silhouette. Foto, Foto kann ich mitmachen. Foto habe ich mit. Silhouette, Kairin. Das ist am schlimmsten. Ich bin am schlimmsten. Ja. Aber wo ist, ja, die Notiz müssen wir halt suchen, ne? Ja, die Notiz müssen wir suchen. Am schlimmsten dann. Nehme ich das, so. Fertig? Ja. Dann los. Schnell rein, schnell weg. Wenn wir das jetzt schaffen. Ja, wenn wir auch noch Exorzismus schaffen. Aber das Gute ist, alter, das müsste, ich glaube, im gesamten 5000er gehen. Keine Ahnung, wo sie es rausfinden müssen. Angst ist leveln. So, haltet auch schon nach einer Notiz. Ja. Also, das heißt, Foto und Silhouette. Wir müssen zusammenbleiben. Ja, ja, ja. Zur Not geht einfach zu ihr. Dann jagt die nicht. Oh, okay. Solange die jetzt noch nicht jagt, wenn du bei Iran hier bist, die, ja, fängt die nicht an zu jagen. Hm. Okay. Die muss hier sein. Ja, hier. Silhouette. Show yourself. Okay, ich muss hinter dir bleiben. Ich habe keinen Schutz mit. Ja, alles gut. Zur Not muss der Geist einmal jagen. Aber ich weiß auch, dass die durchgeschlossene Türen kann. Ich weiß nicht, ob die durch Wände können. Die Wände können sie, glaube ich, nicht. Show yourself. Immer warm, Mann. Alter, hast du irgendwie Energy oder Kaffee irgendwas? Boah. Der Geist mag uns nicht. Äh. Hi. Hallo. Wir brauchen nur das scheiß Foto. Das Gute ist, wenn du ein Foto hast, können wir direkt die Finger von hier absuchen. Ja. Show yourself. Mies ist doch doch. Ich wollte gerade sagen, er ist ein mieserischen Toten. Das war nicht der Geist. Oh. Das ist neu. Oh. Ich bin hinter euch. Wenn frisst er mich zuerst. Ne. Rennt. Ich lasse mich nach hinten fallen. Noch vor mir. Der hat irgendwie... Ach, er ist weg. Ne. Er hat mich angegriffen. Ah. Alles klar. So. Ding suchen. Ich hab noch Herzschlag. Okay. Das hört nicht mehr auf. Ich brauch Herzschlag. Das ist wahrscheinlich schon auf dem Boden. Ach, jetzt. Ne, der... Ich hatte Ingame die ganze Zeit Herzschlag. Ach so. Ich hab gedacht, Relive. Ach, du Scheiße. Ach, du Arzt, das ist Lecheter. Wir sind unter. Da ist... Alter. Alter, wir haben gar keine Siniti mehr. Das Einzige, was wir machen können, wir können da rein. Wenn er jagt, greift er mich als erstes an. Dann schnappen wir uns den Finger. Die eine andere Person geht in den anderen Raum, guckt. Dann holen wir von da aus das direkt weg. Und dann versuchen wir so schnell wie möglich, das aufzuarbeiten. Dass wir den Geist während des Jahres noch exorzieren. Ja, okay. Ich renne nach hinten und suche die Teile, weil ich glaube mich, wir haben den falschen Geist. Hä? Nee. Dass das gar kein EMF 5 war. Aber es war eine 5, da stand eine 5. Ja. Okay, dann los. Ich renne nach hinten, probiere alles mit nach vorne zu schleifen, was ich kann. Weil ich werde so oder so sterben. Ich möchte nicht mehr. Und wir kommen von vorne. Ja. Am besten gleich alles runter und dann gleich reinwerfen. Ich weiß nicht, ob er denn bütener wird. Keine Ahnung. Nein. Der wird nicht bütener. Ich probiere zumindest die Finger zu holen. Aber ich glaube, das werde ich nicht schaffen. Wir sind nicht bei Devour. Wir müssen, wie gesagt, wir müssen eigentlich zum Glück jetzt da hinten laufen, dass wenn er jagt, dass er mich als erstes angreift, das Kruzifix und dann einer links rechts die Finger rausholen und dann von hinten abholzen. Okay. Und er ist wieder ein bisschen schneller. Heißt, einer wird sterben. Okay. Dann 3, 2, 1 und go. Ich muss gerade sagen, falls wir überhaupt nach hinten kommen. Kommt hier gerade aus. Ja, Bianca, du bist tot. Ich laufe aber noch. Ich laufe noch. Er hat mich angegriffen. Du bist safe. Ich würde mal sagen, wir kommen nicht nach hinten. Wir werden nicht mal ansatzweise nach hinten kommen. Einen Finger habe ich jetzt mitgenommen. Ich auch. Der liegt hier vorne im Wohnzimmer. Den habe ich da fallen lassen. Ich habe auch einen in der Hand. Wir kommen nicht mal ansatzweise nach hinten. Wir müssen ja in seinen Raum. Jetzt nicht mehr. Aber da kommen wir nicht hin. Es sei denn, ich opfere mich und die können weiter rennen. Er wird ja so gesagt die Personen angreifen. Und wer sagt uns, dass er dann danach nicht uns weiter angreift? Aber wir haben ja definitiv schon bis schon irgendwie, ich glaube, 1000. Oh ne, fast 2000 Dollar. Ja. Eigentlich müssen wir jetzt noch mal den Exorzismus durchführen. Eigentlich schon. Ich opfere mich. Ich renne als erstes rein. Ihr lauft mit einem kleinen Abstand hinterher. Notfalls können wir auch noch die Karten nehmen. Dann müssen wir jetzt mal rauskommen. Drei, zwei, eins. Ich laufe dir direkt in deine Arme rein. Es flackert schon. Es flackert. Er kommt. Er kommt. Ah, ich bin tot. Lauft. Lauft rein. Lauft schneller. Hier ist ein Finger bei den Globus. Bei den Globus ist ein Finger. Oh. Bei Magna im Raum. Globus. Ja, super. Laufen. Es fehlt noch einer. Dann. Ja, einer ist ein Flur noch. Hast du den mit? Ja, habe ich. Okay. Hier ist noch eine Werkstatt. Linke Seite. Hier. Links. Ja. Super. Dann ab nach unten. Ja. Er kommt. Er kommt. Los, ab. Komm, komm. Ja, ich renne schon. Ich kann nicht schneller. Er ist hinten im Flur. Er kommt gerade durch die Tür. Er kommt gerade in die Treppe. Ja. Er ist Treppe. Er geht nach unten. Ich habe drin. Er geht nach unten. Ich sage, du bist hier. Nein, ich habe es nicht geschafft. Oh, fuck. Wo bist du denn? Warum bist du denn nicht nach unten gelandet? Misa ist besessen. Äh, wo? Wo ist sie gestorben? Hier, vor der Tür. Direkt vor der Tür. Wieso bin ich besessen? Weil das gerade nicht so aussah. Mein Herz kommt. Mein Herz kommt. Es ist doch ein Finger. Nein, er kommt. Er kommt. Keine Reden, lauf. Ich gehe wieder nach unten. Er läuft gerade in die Küche. Er steht da. Er rennt wieder zurück. Er rennt in die Küche rum. Er rennt in die Küche rum. Er geht wieder weg. Wo ist der zweite Finger? Ich hatte definitiv zwei Finger. Wo ist der zweite Finger? Wo ist der zweite Finger? Es liegt da bloß einer. Er ist weg. Anscheinend. Ja. Hier liegt bloß ein Finger, Kairan. Ach, nein. Wahrscheinlich in ihrer Leiche drin. Ja, vielleicht. Also er müsste ja theoretisch da hinten sein. Ja, er ist hinten. Sobald ich ihn sehe, sage ich dir Bescheid. Ich halte auch Ausschau. So, wo ist die gestorben? Vor der Haustür. Nee, vor der Kellertür. Direkt vor der Kellertür. Du schaffst das. Da, ich... Achso, hast du den zweiten? Nein. Ach du Scheiße. Dann renn nach unten, schmeiß dich schon mal rein. Wir gucken nach, ob ich hier noch irgendwo einen finde. Ich habe zwei. Ja, super. Geil. Der kommt, der kommt. Fick dich. Fick dich, Guys. Ist er verschwunden? Der ist verschwunden. Jetzt die Frage. Ist er wirklich weg oder nicht? Ja, er ist weg. Er ist verschwunden. Also er ist... Er ist gerannt und dann war er perfekt. Dann dachte ich erst, er wird wieder unsichtbar und taucht dann wieder auf. Aber er ist nicht wieder aufgetaucht. Theoretisch? Er kann mich ja jetzt nicht mehr töten, ne? Nö, eigentlich nicht. Das heißt, wenn ich jetzt die Tarotkarten nutze... Aber wenn du das hast, wirst du dir nicht einfach umgebracht? Weiß ich nicht. Probier es aus. Aber ich habe das gerade zum ersten Mal geschafft. Ja, probier es aus. Eigentlich dürfte er ja nicht mehr jagen. Eigentlich dürfte er ja nicht mehr jagen. Nö. Er ist ja exorziert. Also raus aus dem Ganzen. Okay. Kannst du die Karten, die da öffnen, draußen? Moon. Flaiming of Fate? Nö. Flaiming of Fate? Okay. Moon. Aggressiv. Okay. Sun. Und? Das heißt jetzt was? Dass er ja gleich Spaß hat, oder was? The Devil. Okay. Void? Void? Jetzt ist nichts mehr. Void? Slave? Hm. Ja, nee. Schade. Er ist nicht dabei. No. Kacke. Naja, gut. Fuck. Das ist aber bei ihm halt gut. Ich dachte, ich kann euch noch wiederholen. Ja. Patsache, wie ist das das nicht? Wir haben es jetzt nicht geschafft. Sun. Ich habe wieder 100 Sanity. Ich bin am Start. Super. Super. Ganz, ganz treu. Oh Gott. Das war der richtige Geist? Okay. Ey. Ich habe 3.750 Dollar nur bekommen. Ich habe 375 gekriegt. Alter. Aber ich habe gerade eben auch ohne Exorzieren 3.000 noch was bekommen. Versicherungsdruckzahlung 0. Ja. Naja, wir haben ja ein bisschen Geld. Das ist ja nicht das Problem. Wir haben ja ein bisschen Geld. Wir haben es auf schwer durch. Ja. Wir haben es einmal konkret durchgespielt. Theo, betik um ja. Ja, das stimmt. Okay, ihr Lieben. Das war dann diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten. Tschüss. 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 Tschüss.